ist ein bisschen weg das zweifamilienhaus von dem lebzeug aber es besser als nichts wie sieht es aus mit dem steil mit zählt können wir hier hinsetzen gut okay die nahrung ist schon mal raus aus dem aus unserem hauptlager ja ja So, unser neuer Farmer. Sig... Warte, wie heißt du? Sigward. So, Obdachlose, Heiratslose. Töpfer erfunden. Gut. Dann macht noch einmal Geschirr und dann... Holzwerkzeuge brauchen sich aber auch relativ schnell auf. Dann musst du wieder Lehmarbeiten machen. Das hat kein Holz. Hm. Müssen wir dann einen Wegweiser hier oben irgendwo hinsetzen, ne? Ja. Du, futter mal. Wobei, geh nach da unten. Du kannst beim Fischerzelt viel besser essen. Torkatla ist hoffentlich weiter wachsen. Aha, dich weiter zum Bauarbeiter machen, genau. So, solltest du erst mal wieder leben. So. Wo ist dort? Ja? Wo ist dort? Ja, wie? Jawohl. Ja? Ja, wie? So. Na, ein bisschen was ist hier unten noch. Hauptsächlich Leder, Lehm und Stein. Und unten. Na, ein bisschen. Genau. Garant. Na. 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 Ok. Na. Möbelwerkstatt So, du bist erwachsen Das ist ein neuer Kundschafter Achso, äh Ja, Lotjolf erreicht seinen Arbeitsplatz nicht Das wird sich auch gleich ändern Das ist ein neuer Kundschafter Und der Wegweiser bringt mir nichts Du bist jetzt wenigstens nah genug So, du bist erwachsen So, dann gucken wir uns weiter um Oh ja, und immer schön mal zwischendurch Speichern So, dann gucken wir uns weiter um So, Bauarbeiter der Schule gelernt Gut Du ziehst mal um Du ziehst da ein Leder fordern wir keins an Na doch, tun wir aber Wir haben schon zu viel So, reduzieren wir mal die Wunschmengen bei allem Das ist die Wunschmengen bei allem Was ist das? so ist es gut und schön ja das ist mal interessant kein geriffelter kartenband so die haben gesagt sie tauschen stein gegen das und bier gegen holz ok das bier gegen holz finde ich schon mal gut gold gegen stein wenn wir kein eigenes gold finden stein haben wir jede menge jetzt würde ich euch darum bitten das ding zu bauen so der letzte fuhre und hier ist noch wüste und kartenrand ok so geht aber da hoch da gibt es viermal nahrung und ja es gibt gold hier aber das ist kinkalizieren jetzt gibt es hier fünfmal nahrung gut so so du erscheint es näher zum lager zu haben als zur wöbel werkstatt so du isst mal weiter alles was du hier kriegst so ja was brauchen wir als nächstes eine eisenthütte also da kommen wir gut dran das wäre die schwerte und das bier naja bierproduktion wäre dann auch nicht ganz so unwichtig wichtig 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 denn bei nem hier geben awak אותו ann